Ich stehe jetzt da bei der Tollstation vom Hobby-Lift in Altenmarkt und da wo jetzt Wiesen- und Parkplatz sind, da wird es nächstes Jahr am 21. Juni rund gehen. Da gibt Österreichs bekannteste Mundart-Band, die Seher, ein Konzert. Es ist Teil ihrer Abschiedstournee, weil sie ihre musikalischen Zelte abbrechen. Die Kowals geht einmal dem Ende zu und darum gefreut es mich aber auch ganz besonders, dass das für eine Abschiedstour Altenmarkt einer der Standorte ist, den sie ausgewählt haben, um hier das Abschiedskonzert zu geben. Dass die Seher da in Altenmarkt auftreten, hat der Geschäftsführer des DVB Altenmarkts, der Clemens Konrad, in die Wege geleitet. Der Platz bietet sich da herinnen einfach an, dass man da ein schönes Open Air im Sommer macht und dass wir jetzt die Seher erwischt haben, das hat sich eher kurzfristig ergeben, aber hat bei allen Institutionen sehr, sehr gut Anklang gefunden und so haben wir das jetzt fixieren können. Erwartet werden einige Tausend Zuseher und die wollen natürlich auch verpflegt werden. Wir bauen entsprechend Versorgungsstühlen auf. Es wird oben beim Festl kann einer verdursten und herunten bei uns sowieso nicht. Es wird oben was zum Trinken und zum Essen geben und herunten genauso. Ja, grundsätzlich ist es natürlich immer cool, dass wir so eine Veranstaltung daherbringen zu uns, zum Hochbeifang und auch von unserer Haustür natürlich. Und wir schauen natürlich, dass wir da den Rahmen ein bisschen gestalten. Also es wird bei uns ab Nachmittag, ab 15 Uhr vermutlich, wird es losgehen mit einem Rahmenprogramm und danach ein Konzert. Wir werden auch schauen, dass wir nochmal eine kleine Aftershow Party machen. Wer jetzt Gustav die Seher hat, der Karten im Vorverkauf startet ab sofort. Ihr könnt die Karten bei uns im DVB Altenmarkt beziehen oder sonst über E-Ticket online oder bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen. Und natürlich unterstützt die Gemeinde Altenmarkt dieses Event. Also wer als Altenmarkter mit der Altenmarkter Bürgerkarte, die Kartenkraft, kriegt eine entsprechende Ermäßigung. Also liebe Leute, Schön war's, wann es da war's. Am 21. Juni 2024 beim Hoppilift in Altenmarkt beim Abschiedskonzert von der Seher. Schön war's, wann es da war's. Kann er bleiben, der Lord. Na, 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 na. Schön war's, wann es da war's. Wann sonst die Kimphäe. Ooh, 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 ooh. Musik Musik